Hallo, ich bin Jessica von PIXUM und ich zeige dir jetzt, wie du mit einem einblendbaren Hilfsraster Fotos in der PIXUM Fotowelt Software optimal ausrichten kannst. Um das Hilfsraster zu aktivieren, gehst du im oberen rechten Bereich der Software auf den Tab Anordnen. Dann klappst du das Dropdown-Menü Hilfe beim Ausrichten aus und klickst zum Aktivieren auf das Gitter-Symbol. Wenn du möchtest, dann kannst du dein Hilfsraster über die beiden Dropdown-Menüs neben dem Hilfsraster individualisieren. Für dich wichtig zu wissen, das Hilfsraster wird in deinem PIXUM Fotobuch natürlich nicht mitgedruckt. Jetzt kannst du deine Fotos entlang der magnetischen Hilfslinien positionieren. Wenn du die Magnetfunktion des Hilfsrasters ausschalten möchtest, dann halte die STRG-Taste auf deiner Tastatur gedrückt, während du das Bild verschiebst. Viel Spaß bei der Gestaltung mit der PIXUM Fotowelt Software und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!